So ihr Süßen, jetzt kommt gleich der Saugepfand. Kalle steht schon in Spielbereitschaft und der Kalle spielt immer Ball beim Saugepfanden. Ja, der kann also gar nicht so schlimm sein. Kalle findet den toll. Magst du auf deine Couch-Ecke hier stehen? Komm mal mit. So, du kannst hier rauf. Ja, super. Da kannst du bleiben, wenn du willst. Ich werde Kalle erstmal den Ball versaugt. Warte mal, den müssen wir erstmal hier nochmal rausholen. Achtung, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Küsschen in den Nacken. Da, da ist der Ball. Zack, Kalle hoch. Pixi, du bist jetzt auf der Mondi-Ecke. Das ist doch Mondis Sicherheits-Ecke, wenn der Saugepfand an ist. So, Mondi, gucke nochmal her. Puppe. So. Da. Möchen macht auch erst leise. Mondi will auch. Bald spielen, na umso besser. Oh, oh. Er hat schon wieder versaubeutelt. Muss ich dann nochmal runter. Und so, denn jetzt, da ist er wieder. Hallo, Kuck. Warte, ich habe für dich dann aber einen anderen Vorschlag, ne? So, dann machen wir erstmal so, falls du da doch noch auf dein Ding drauf bist. Was ist das, Mondi? Achtung. Hopp. So. Das war's nicht. Ähm, bitte, 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 Kalle. Warte, hier ist noch ein zweiter Rot dabei. Mondi. Kalle. Kalle. Okay. Okay. So. Saugaufand startet, ja? Erstmal leise. Wie bist du denn? Da bist du. Na überleg dir mal, du kannst auch weiterspielen mit dem Ball. Er ja noch besser. So. So, soll weitergehen? Halle? Mondi? Ja, fein! Kann man spielen, wenn der da hoch anhand ist. Super, passen! Prima! Nochmal! Nochmal! Und los! Prima, hause ich auch! Mach ihn hier! Wir holen hier wieder! Super! Mondi, pass auf! Und los! Prima! Das wird zu hoch, jetzt halt einfach auf deiner Ecke da oben. Und dann kommt der schon mal ein bisschen weiter ins Zimmer. Tolle Mondi-Maus! Ja! Ja! Wir machen die Flasche! Mach alles lieber ein bisschen weiter! Wir machen die Flasche! Ganz toll! Wir machen die Flasche! Wir machen die Flasche! Wir machen die Flasche! Wir machen die Flasche! Ja! Wir machen die Flasche!